Am 23. Mai veranstaltete das Museum Hagenow ein Lesekonzert mit Uwe von Seltmann und Warnfried Altmann in der Alten Synagoge. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht das jüdische Leben in Deutschland. Uwe von Seltmann hat zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland im Jahr 2021 ein Buch unter dem Titel Wir sind da geschrieben. Die Frage, die sich wie ein roter Faden durch den Band zieht, lautet, was ist ein Jude? Gibt es eine jüdische Identität? Der Autor nimmt seine Leserschaft mit auf eine Entdeckungsreise durch die jüdische Geschichte und die Suche nach der Identität jüdischen Lebens in Deutschland. Durch die Synergie zwischen Lesung und Musik bekam die Veranstaltung einen individuellen Touch. Um eben die Vielfalt und die Buntheit des Judentums aufzuzeigen, ist es mir wichtig, dass ich nicht alleine auf der Bühne stehe, sondern mit Musikerinnen und Musikern. Oder wenn niemand da ist, dann spiele ich viel Musik vom Band, von jüdischen Künstlerinnen und Künstlerinnen. Die Lesung wurde von Warnfried Altmann begleitet. Er ist Saxophonist, Jazzmusiker und Komponist. Seine Aufgabe während der Lesung, Gefühle durch die Musik intensivieren. Einmal ist es natürlich, die Musik ist einfach nochmal eine andere Ebene. Die regt den Geist ein an, die Fantasie an und vielleicht auch noch Emotionen reinzubringen, die mit den Worten nicht so gesagt werden können. Organisiert wurde dieses Lesekonzert vom Beauftragten für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung MV und in Zusammenarbeit mit dem Museum Hagenow. Und dann wurde dieses Lesekonzert vom Beauftragten für die Musik geöffnet.